Ja, jetzt! Ja, jetzt! Ja, jetzt! Ja! 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 Ja, jetzt! Ja! Ja! Ja, jetzt! Und das zweite ist er Belsenauf, Torschütze mit dem neuen Dino Fricke. Fricke! 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 Fricke. Fricke. Fricke! 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 Und das 13 Löffel Blitzenloff, Vorschütze mit der Nummer 9, Tino Feckel. Die Nummer 9, Tino Feckel. Und das 14 Löffel Blitzenloff, Torschütze mit der Nummer 5, Tim Kaffel. Ja! Und das 15 Löffel Blitzenloff, Torschütze mit der Nummer 7, Gord und Bock! Torschütze mit der Nummer 9, Tino Feckel. Und das sechste Tor für Betzenau, Torschütze von der Nummer 16, Uwe Pippmann.